16.09.2019, 17 Uhr. Wir haben heute einen sehr turbulenten Tag auf den globalen Finanzmärkten. Nach einem Zwischenfall auf der Ölangebotsseite Traded Crude Oil jetzt mit knapp 11% im Plus. Gold ist für heute 0,75% im Plus. Bitcoin leider knapp im Minus 1,7%. Die Volatilität hält noch nicht so stark Einzug, vor allem im Vergleich zu den globalen Finanzmärkten. Und nach den extrem positiven Feedbacks in den letzten Videos habe ich beschlossen, heute wieder ein ziemlich lehrreiches Video für euch zu produzieren. Ihr könnt aus dem Video sehr viel mitnehmen und es geht vor allem um Akkumulations- und Distributionsstrukturen. Und damit knüpfe ich auch schon ein wenig an das letzte Video an. Im letzten Video habe ich ja von verschiedenen Marktstrukturen gesprochen, unter anderem von der 200er IMA und warum Marktphasen je nach Marktlage anders zu bewerten sind. Heute geht es wirklich konkret um Strukturen, die man vor Bullenmärkten sieht, als auch vor Bärenmärkten. Wie schon gerade erklärt, spricht man eben von einer Distribution und von einer Akkumulation. Das heißt, ihr könnt in diesem Video wieder sehr, sehr viel mitnehmen. Und ich würde euch raten, bis zum Schluss dran zu bleiben. Und vorab möchte ich mich noch bedanken für die positive Resonance in den letzten Wochen. Wie bereits gesagt, ich hatte im letzten Video, glaube ich, einen absoluten Like-Rekord. Ich hatte noch nie so viele Likes. Ich hatte zwar schon mehr Klicks natürlich, vor allem Anfang 2018. Aber von den Likes her war das ein absoluter Rekord. Ich gehe davon aus, dass der Content deswegen sehr, sehr guten Zuspruch findet. Und ich bin deshalb noch motivierter und noch engagierter, noch besseren Content zu liefern. Das heißt, wir starten jetzt direkt mit diesem Video los. Und ich hoffe, ihr habt in diesem Video genauso viel Spaß wie beim letzten. Und der Hauptgrund, warum ich mich heute für dieses Thema entschieden habe, ist, da es momentan eigentlich wieder zum Dauerbrenner wird, auf Crypto-YouTube diese Vorhersage-Videos zu machen. Also diese Bullrun 2020-Vorhersage-Videos immer gepickt mit den Trading-View-Chart-Ideen. Das kennt ihr zu 100 Prozent, diese Videos, die ich jetzt hier anspreche. Ich möchte hier auch keinen an den Pranger stellen. Aber es geht halt meistens um irgendwelche Theorien, die nicht wirklich bestätigt werden können. Sondern einfach rein aus klicktechnischen Gründen, aus Klickbait-Gründen wird irgendwas in den Raum geworfen und gesagt, okay, weil wir bei den letzten Halvings das hatten, muss nächstes Jahr das eintreten. Natürlich ist das viel zu wenig an einer Stichprobengröße, um daraus wirklich gute Prognosen zu ziehen. Was machen wir also in dem Video? Wie gesagt, es geht mir wieder um Marktstrukturen. Es geht mir um die zwei wichtigsten Strukturen, die ein Trendmarkt zeigen kann, beziehungsweise die vor einem Trendmarkt entstehen. Das sind die Strukturen, wo man eigentlich an Bord sein möchte, beziehungsweise wo man langsam an Bord gehen möchte. Wenn man an einem Markt zum Beispiel Short-Sellen will, dann will man während dieser Distributionsphase eben verkaufen, weil die Big Boys eben auch zu dieser Phase verkaufen. Und in der Akkumulationsphase, das ist genau das politische Gegenteil, will man auch akkumulieren. Ich habe das Video auch deswegen gemacht, weil ich eben letztens, glaube ich, letzte Woche die Frage bekommen habe, wegen dieser Akkumulationsstruktur am Bitcoin-Shot, ob das denn eine ist. Und auf das gehen wir eben, wie gesagt, auch noch genauer ein. Im Prinzip kann ich es hier wieder ganz, ganz simpel zeichnen, da es wirklich kein Hokuspokus ist. Die klassische Akkumulation am Ende eines Bärenmarkts sieht eigentlich meistens so aus, dass man nach einem längeren Bärenmarkt irgendwann die Kapitulationsphase erreicht, die meistens geprägt ist, dass vorher noch ein ziemlich starker Support aus dem Markt genommen wurde. Ihr kennt das bestimmt auch noch beim Bitcoin. Das war zum Beispiel hier das Äquivalent des 6000er-Bereiches. Und was dann passiert, ist einfach die Akkumulation der Big Boys. Der Markt wird dann im Regelfall in einer sehr engen Range gehalten. Das heißt, die durchschnittliche Tagesrange ist nicht gerade beeindruckend. Das Hauptziel dahinter ist einfach, mehr Positionen zu akkumulieren. Gerade in anderen Märkten, wie zum Beispiel Währungsmärkten oder auch im Equity-Markt, also im Aktienmarkt, würde es wenig Sinn machen, wenn eine Institution eben dieses Asset akkumulieren will, sei es jetzt zum Beispiel eine Aktie. Wenn Sie direkt den Markt von hier nach unten bieten, dann würde der Preis nämlich das machen und das wollen Sie ja nicht, weil dann müssten Sie aus dem Orderbuch die ganzen Preise nach oben durchkaufen und das ist ja nicht Sinn und Zweck hinter einer Akkumulation. Sinn und Zweck hinter einer Akkumulation ist eben, zu den dauerhaft günstigen Preisen dieser Range abzukaufen und das kann nur erreicht werden, indem laufend kleine Positionen aufgebaut werden und auch wieder gegen den Markt verkauft wird. Das heißt, wenn der Markt dann wieder hier hoch geht, wird von den Big Boys wieder verkauft, um weiter unten zu akkumulieren, bis dann genug Positionen akkumuliert sind und dann beginnt im Regelfall die Rallye nach oben. Die Zeichnung ist jetzt nicht so spektakulär, aber vergesst es einfach, die besseren Beispiele sehen wir dann sowieso auf den Charts. Wir haben wieder einige Beispiele, die ich euch dazu zeigen kann. Gepaart zu dieser Price Action, also das, was wir hier sehen, ist ja eine Price Action am Chart, ist auch noch immer sehr hilfreich, das Volumenprofil anzulegen. Wenn man sich jetzt hier das Volumenprofil an dieser Range anlegt, man legt das von hier, von oben nach unten an, im Regelfall empfehle ich immer von dem Punkt des Abverkaufes, des größeren Abverkaufes, das heißt hier schon anziehen, bis nach hier hinten zurückziehen, wo dann gerade die aktuelle Range ist. Sorry, ich wollte das hier machen, wo gerade die aktuelle Range ist und dann hat man, wie gesagt, auch einen Einblick aufs Volumen. Und das Volumen macht meistens Folgendes in einer Akkumulationsphase. Es zeigt einen eindeutigen Point of Control an. Was ist ein Point of Control? Ein Point of Control ist im Prinzip der Bereich einer Range zum Beispiel, wo eben das meiste Volumen getradet wird. Und in so einer Akkumulationsstruktur sieht man das eben sehr häufig, dass man nach einem großen Abverkauf so gut wie kein Volumen in diesem Bereich mehr sieht, von diesem Abverkauf, und das größte Volumen eben am Boden reinkommt. Das ist ein sehr, sehr stabiler und sehr, sehr wichtiger Indikator, um solche Strukturen zu erkennen. Ja, aber auf das gehen wir dann auch noch am Chart genauer ein. Und wie ihr euch vielleicht schon denken könnt, was ist denn jetzt dann das Gegenstück dieser Distributionsstruktur? Das Ganze ist auch wieder relativ simpel und dazu gibt es dann auch ein sehr, sehr gutes Beispiel. Der Markt kommt hier hoch, der Markt ist irgendwann erschöpft, der Markt hat hier irgendwo sein neues High erreicht. Das heißt, wir nehmen meistens hier nochmal ein altes High aus dem Markt und dann müssen die Leute, die zum Beispiel hier unten schon akkumuliert haben, in dieser Range, die wir zum Beispiel vorher gezeichnet haben, die müssen ihre Positionen irgendwie loswerden. Denn Smart Money kauft hier, kauft in dieser Range hier unten und sobald wir in diesem oberen Hochbereich sind, wo Smart Money langsam aus dem Markt rausgeht, das ist auch ein wenig verknüpft mit dieser Dow-Theorie, gibt es ganz einen interessanten Artikel dazu, könnt ihr auch mal durchlesen, dann werden die Positionen an die nicht so smarten Investoren abgestoßen. Die Struktur ist ziemlich gleich. Natürlich wird der Markt nicht direkt fallen gelassen, denn ansonsten hätte man keine Chance, die Long-Positionen zu einem guten Preis abzustoßen. Der Markt wird in der Range gehaltener. Sollte Druck von außen herrschen, also sollte der Markt nach unten drücken wollen, wird diese Range mit allen Mitteln gehaltener, um weiterhin Positionen zu einem guten Durchschnittspreis abzustoßen. Auch hier haben wir wieder ein Volumenprofil, wo wir zum Beispiel hier den Point of Control hätten. Und wenn dann diese Distributionsstruktur abgeschlossen ist, dann ist der Markt meistens ready, um Folgendes zu machen. Der Markt bricht nach unten aus. Was man dann noch sehr, sehr oft sieht, ist eine Relief Rallye. Das heißt, der Markt kommt nochmal hier hoch und testet diese Range nochmal. Und dann müsste er wieder ein wenig in die psychologische Kriegsführung übergehen. Was machen die Leute, die hier gekauft haben und jetzt hier unter Wasser sind? Ja, die nutzen diese Gelegenheit, wenn der Markt zurückbounst, um direkt nochmal zu einem guten Preis auszusteigen. und dann hat man meistens diese Kollapsartige Reaktion nach unten. Das ist auch ein sehr, sehr häufiges Preisverhalten und das wäre wirklich noch was für ein eigenes Video. Also wenn ihr das sehen wollt, zum Beispiel wie man wirklich sehr, sehr gute Levels handelt und wie man nach sehr, sehr guten Levels handelt und wie man seinen Entscheidungen darauf basiert, das wäre wirklich was für ein eigenes Video. Aber um euch nicht weiter mit meinen Zeichenkünsten zu belästigen, gehen wir jetzt am besten direkt auf einen Chart. Wir sind hier am Silver Chart, Silver US-Dollar. Wir haben hier gesehen, wie der Barenmarkt sich im Silbermarkt entwickelt hat. Das war Ende 2017, also dieser starke Abverkauf nach diesem großen Markup. Und dann haben wir eine relativ kurze Akkumulationsphase gesehen im Prinzip. Wir haben nämlich hier den Boden geformt. Der Markt hat hier die Let's Resistance geformt. Das heißt, wir haben jetzt hier unsere Range. Der Boden ist erstmal gefundener und der Markt akkumuliert hier. Das Ganze ist jetzt natürlich wirklich nicht lange, keine lange Akkumulationsphase, sorry. Aber es ist dennoch ein Indiz dafür, dass der Markt eventuell seinen Boden gefunden hat. Warum? Falls ihr mein Video zu den Supply & Demand Levels gesehen habt, wisst ihr, dass in diesem Bereich eine große Nachfrage herrscht. In diesem Bereich herrscht große Nachfrage, da wir von diesem Preislevel einen Anstieg von knapp 47% gesehen haben. Das ist wirklich sehr, sehr viel und wirklich enorm im Silbermarkt. Das kann man nicht vergleichen mit Krypto. Und dementsprechend gehen wir schon stark davon aus, dass wenn der Markt in dieses Level zurückzieht, diesen Bereich zurückzieht, in diesen 13er-Bereich, das von hier wieder Nachfrage in den Markt stremen wird. Der Markt kommt runter. Wir kommen hier das erste Mal runter Ende August. Und wir sind hier bis Dezember in dieser Range. Das heißt, die Price Action ist eigentlich sehr, sehr langweilig und ziemlich vergleichbar eigentlich auch mit der Dezembering-Bitcoin-Price Action. Wenn ihr so ein Marktverhalten seht, dann müsst ihr euch im Klaren sein, dass wir in einem Range-Markt sind. Ein Range-Markt ist gekennzeichnet davon, dass wir weder Higher Highs sehen, noch tiefere Lows am Chart und dementsprechend keinen Trend haben. Das ist wirklich eine Phase, wo sehr viele Trader einfach aus reiner Ungeduld sehr, sehr viel Geld liegen lassen. Warum? Die Märkte blütschen. Die Bewegungen in diesem Markt sind schon sehr gering. Und wenn man bei diesen Bewegungen dann zum Beispiel nicht teilhält, hat man natürlich die FOMO. Wenn man zum Beispiel hier diesen Short verpasst, dann ist natürlich schon mal ein sehr, sehr großer Move weg. Und was dann oft passiert ist, dass Leute dann hier noch Short gehen und dann auch effektiv den Bonus shorten. Wenn wir uns auch hier jetzt das Volumenprofil ansehen, das ist leider ein bezahlter Indikator auf TradingView. Das heißt, für diesen Indikator müsst ihr die Pro-Version kaufen. Wenn ihr Bedarf habt, ich glaube, ihr könnt das Ganze monatlich bezahlen, monatlich kündigen. Wäre vielleicht mal was, wenn ihr euch das anschauen wollt und wenn ihr wirklich den Bedarf dafür habt, kann man es machen. Muss man aber definitiv nicht. Ja, ganz klar. Wichtige Sachen sind alle gratis. EMAs sind gratis. Support-Linien sind gratis. Und das ist eigentlich alles, was ihr braucht als, ja, sage ich mal, Basispaket. Wir sehen dann hier, was ich vorhin auf der Zeichnung erklären wollte. Wir haben diese Akkumulationsstruktur, dass wir hier den starken Abverkauf haben und hier das Volumen immer dünner wird und wir dann hier diesen starken Volumensblock haben. Der Markt versucht hier durchzukommen und der Markt akkumuliert faktisch um diesen starken Point of Control. Das ist die rote Linie. Wenn wir jetzt hier weiterhin Play drücken, dann sehen wir, wie der Markt hier stark ausbricht. Das heißt, das war effektiv die Akkumulationsstruktur im Silbermarkt. Natürlich, es ist immer eine andere Sache, im Nachhinein zurückzugehen und zu sagen, ah, das war die Akkumulationsstruktur. Denn zu dem Zeitpunkt damals war es natürlich alles und man wenig unsicherer. Da haben die Leute spekuliert, dass niedrige Küsse kommen. Da konnte sich keiner ausmalen, dass denn so eine große Nachfrage eventuell in den Markt kommt. Dennoch kann man diese Strukturen, wenn man wirklich einiges an Screen Time hat und wenn man sich wirklich länger mit Märkten beschäftigt, auch besser erkennen und auch besser in seinen eigenen Handel einbinden, sei es jetzt langfristig oder kurzfristig. Definitiv, wenn man jetzt ein Silberinvestor wäre oder einfach ein Edelmetallinvestor, wäre das so und so definitiv keine schlechte Kaufzunde gewesen. Einfach aus dem Grund, weil wir hier das Demandlevel hätten. Das heißt, technisch gesehen 1A Kauflevel hier. Was ich euch hier zeigen will noch, ist, dass der Markt auch wieder in dieses Level zurückkommt, wo die Big Boys akkumuliert haben. Im Prinzip war das ähnlich, was ich euch vorher gezeigt habe. Ich habe euch vorhin den umgekehrten Fall gezeigt, wo ich gesagt habe, wenn der Markt nach unten ausbricht, dann passiert im Regelfall noch ein Retest. Das heißt, wo wir dann hier waren, habe ich gesagt, okay, solange sich der Markt hier drinnen bewegt, der Markt nach unten ausbricht, kommt im Regelfall noch ein Retest, bevor dann dieser große Abverkauf stattfindet. Genau das Gleiche haben wir auch hier im Silbermarkt gesehen. Nur auf der umgekehrten Seite, also auf der bullischen Seite, der Markt akkumuliert hier. Hier ein sehr, sehr starker Markup. Hinter diesem Move ist Smart Money. Retail-Investoren können nicht so einen Move auslösen. Ganz eindeutig ist einfach nicht möglich. Größere Positionen wurden hier akkumuliert. Der Markt kommt zurück. Was machen die Leute, die hier akkumuliert haben? Sie kaufen noch mehr ein. Der Markt kommt ungefähr zu diesem Point of Control zurück, kommt auch einmal hier nach unten und dann die nächste Rallye. Das heißt, es war ein klassisches Beispiel dieser Reakkumulation, wie man sie sehr oft sieht. Das ist wirklich kein Zufall, dass der Markt nochmal hier zurückkommt, genau zu diesem Point of Control und von hier aus weiter akkumuliert und dann die große Rallye fortsetzt. Und dann gehen wir auch direkt in die nächste Asset der Klasse. Dieses Mal FX, also Währungen. Der Euro-Dollar hatte hier einen sehr, sehr starken Abtrend von Dezember 2016 bis Februar 2018. Wirklich eine massive Bullen-Rallye im Euro-Dollar. Und was wir dann hier oben sehen, sollte bei euch schon wieder die Alarmglocken schrillen lassen. Wir haben hier oben auch ein Resistance Level. Das heißt, der Markt hat hier einen Bohnen geformt im Jahr 2012. Das heißt, wir erwarten hier schon ein wenig an Resistance, einfach aus dem Grund ein Touch, zwei Touch, drei Touch. Das heißt, es ist ein Level, wo man definitiv sellen könnte, aber wo man natürlich auch nicht blind rein sellen würde. Was passiert jetzt hier wieder? Wir haben hier diesen riesengroßen Mark-Up gesehen am Euro-Dollar. Der Markt hat hier unten akkumuliert. Das ist auch eine klassische Akkumulationsstruktur hier unten. Wir sehen, dass der Markt hier das erste Low formt. Hier kommt der Markt noch einmal darunter, um eben diese Liquidität aus dem Markt zu nehmen, um hier weiter zu akkumulieren. Dann nehme ich danach der Retest hier. Dann geht es nach oben. Auf to the races we go. Und hier oben wird es wieder Zeit, dass die größeren Player ihre Positionen entladen. Und was brauchen sie dafür? Sie brauchen eine Distributionsstruktur. Wir haben wieder diesen Range-Markt und jetzt werden viele vielleicht erschrecken, dass sie sagen, oh, das ist die gleiche Struktur wie beim Bitcoin. Das ist gefährlich. Ich muss sagen, ja, Bitcoin sieht definitiv auch irgendwie in diese Richtung aus, in dieses Muster sozusagen. Aber von der kompletten übergeordneten Marktstruktur ist Bitcoin schon in einem anderen Sentiment, wenn ihr euch nämlich diese Bewegung hier nach unten anzieht und diese Bewegung hier nach oben, dann war das zwar eine Bullenrallye im Euro-Dollar, aber nicht mehr als ein Deadcat-Bounce im übergeordneten Bild. Ja, eine Bullenrallye, aber wenn ihr euch hier die Retracements anzieht, dann sind wir hier am 62. Retracement. Wir hatten nie einen riesen Abverkauf und wir sind noch nicht mal wirklich am 60-prozentigen Level dieses Abverkaufs angekommen. Das wäre jetzt ungefähr gleich, wenn wir beim riesen 6K-Floor-Abverkauf noch irgendwo bei 5400 so rumtingeln würden. Würden wir das noch so machen, jetzt bei 5800, dann würde ich wirklich auch Barry sein, könnte mir vorstellen, dass wir bald auf 3000 gehen. So kann man das Ganze jetzt nicht eins zu eins bewerten. Also bitte nicht direkt Panik aussprechen. Wir ziehen uns auch wieder das Volumenprofil an, ganz wichtig, um diese Struktur nochmal besser deuten zu können. Wir haben auch hier wieder diese Akkumulation um diesen Punkt und auch wieder hier ganz, ganz eindeutig. Hier die große Lücke im Profil, die letzte Bullenrallye mit wenig Druck dahinter. Der Markt kommt noch einmal hier hoch und hat dann die Distributionsstruktur. Ich wollte jetzt schon sagen distribuiert oder ich weiß jetzt gar nicht, wie das Verb dazu ist. Auf alle Weile eine Distributionsstruktur. Ich hoffe, wir schauen keine Deutschlehrer zu. Markt ist in dieser Distributionsstruktur. Wir haben wieder ganz eindeutig diesen Point of Control. Das heißt, um diesen Punkt wird fleißig distributiert. Die Big Boys verkaufen ihre Positionen, während die kleinen Boys hier noch fleißig einkaufen, weil Bullenmarkt höhere Highs, Resistance wurde gebrochen. Ja, und was passiert? Es passiert das, was so oft auf den Finanzmärkten passiert, wenn die großen Boys verkaufen und die kleinen noch kaufen. Es kommt der große Abverkauf. Wir sehen jetzt hier den großen Abverkauf. Wir warten auf die Relief Rally. Der Markt ist sehr, sehr schwach. Wir sind einmal hier. Wir versuchen es hier drüber zu kommen und sofort ist er abverkauft. Auch hier wieder der Hinweis auf die Levels und warum ich vorhin gesagt habe, dass ihr eigentlich fast nichts anderes am Chart braucht, außer eurer horizontalen Linien. Wir haben hier ein Support Level, ein ehemaliges. Und ihr seht, wie bearish dieser Markt ist, wenn ihr nach dem ersten Touch so eine Kerze seht. Natürlich war das auch newsbedingt. Das war Juni 2018. 14. Juni. Kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern, wenn ich den Tag wüsste, wäre es vielleicht EZB-Meeting gewesen. Aber ist auch jetzt nicht so wichtig für dieses Video. Auf alle Fälle habt ihr jetzt hier die Distributionsstruktur gesehen. Und um das Ganze noch abzuschließen, bevor wir auf den Bitcoin-Chart gehen, hier noch eine letzte Struktur, die ihr euch zu Gemüte führen könnt, hier am Gold-Chart. Bevor der Finanzkrise 2008 und bevor dem großen Gold-Bullen-Markt haben wir auch wieder eine klassische Akkumulationsstruktur gesehen. Wie gesagt, der Markt wird in dieser Range gehalten. Hier sogar mal etwas länger, wie auf den anderen Charts. Das heißt, sie sind in diese Range gekommen am 31. Januar 2007 und waren hier im September immer noch drin. Das heißt, über ein halbes Jahr knapp Akkumulation, wieder das Volumenprofil anlegen, unsere Fixed Range. Und dann sehen wir auch, wie der Markt um diesen Punkt akkumuliert und dann zu neuen Highs ausbricht. Warum zeige ich euch das? Einfach aus dem Grund, dass ihr dann wirklich auch selber die Arbeit reinsteckt, dass ihr einfach selber die ganzen Asset-Klassen durchblättert und selber nach diesen Strukturen sucht. Ihr könnt zum Beispiel einfach mal alle Forex-Paare durchgehen. Hier habt ihr zum Beispiel den Dollar-Cut, USD-Cut wäre ein paar, das ich euch empfehlen könnte. Euro-USD könnt ihr einfach hier oben eingehen. Ihr könnt eingehen, GBP-USD, GBP-JPY. Das heißt, ihr habt hier endlos Daten, die ihr durchchecken könnt. Wenn wir hier am GBP-JPY-Chart sind, dann seht ihr schon, dass wir hier bis 94 zurückgehen können und diese Chartstrukturen beobachten. Das heißt, ihr habt hier einiges an Daten, die ihr euch ansehen könnt. Und das Ziel bei meinem Kanal und das Ziel bei meinen Videos ist ja immer, dass ihr selber wirklich was daraus lernt, dass ihr nicht auf Dauer mit dem Löffel gefüttert werden müsst und dass ihr wirklich nicht abhängig seid von irgendwelchen Prognosen von Dritten, sondern dass ihr wirklich eigenständig, effektiv, simpel, ohne viel Grundveranlagung, einfach effektiv Prognosen abgehen könnt und auch für euer eigenes Handeln anwenden könnt und verbessern könnt. Auch hier wollte ich noch kurz die Bitcoin-Akkumulationsstruktur anzeigen, bevor wir dann nochmal um dieses Thema zu sprechen kommen und zwar Bullenmarkt 2020. Wir haben hier den großen Abverkauf gesehen. Der Markt kommt hier runter. Wir legen uns wieder unser Volumenprofil an, damit wir die Akkumulation rund um den Point of Control wieder besser sehen. Ganz, ganz klassische Akkumulationsstruktur. Leider war ich zu diesem Zeitpunkt nicht mal im Lande. Ich war, als wir hier unten akkumuliert haben, im Dezember war ich schon noch da, aber zwischen Januar und Februar diese ganze Struktur habe ich eigentlich komplett verpasst, weil ich dort gerade noch in Amerika war und dementsprechend von dieser ganzen Akkumulation auch nicht viel mitbekommen habe. Habe auch wirklich, glaube ich, zweimal auf den Chart geschaut im ganzen Urlaub, aber ist jetzt einfach eine persönliche Geschichte. Macht euch nicht zu viel daraus. Also wie gesagt, hier der große Abverkauf, ziemlich dünnes Verhalten, Volumenprofil, wenig Druck der Bären nach unten und dann kommt eben dieses massive Volumen in den Markt und dann wieder die Struktur nach oben. Klassisch wie davor. Die Frage jetzt zu dem allgemeinen Thema Bullenmarkt 2020, Alter im Herbst 2020. Ich habe es auf Twitter schon gepostet und das ist wirklich was, was mir jetzt noch wichtig ist. Die Leute sind schon wieder extrem ungeduldig. Wir sind jetzt hier seit Juli oder seit Juni in dieser Range. Das heißt, der Markt ist ein wenig langsam geworden. Der Markt ist ein wenig langweilig geworden. Wir haben einen High bei 13.800 gesehen, was phänomenal war und wir haben jetzt einfach eine ruhigere Phase. Ich habe auf Twitter detaillierter darüber geschrieben, im Prinzip ging es mir darum, dass für mich, egal will ich jetzt nicht sagen, aber Daumen mal Pi, wenn dieses Jahr jetzt in diesem 10.000er Bereich enden sollte, wäre das für mich schon ein sehr phänomenales Jahr und ich wäre wunschlos glücklich. Wenn ihr mich 2018, Anfang 2018 gefragt hättet oder gesagt hättet, dass wir, sorry, Anfang 2019 natürlich, wenn ihr dazu mir gesagt hättet, dass wir ein Jahreshigh bei 13.800 Dollar gesehen werden, dann hätte ich euch natürlich nicht für voll genommen. Das heißt, das, was wir gesehen haben, das übersteigt schon jegliche meiner Forderungen und jegliche meiner kühne Vorstellungen im Markt. Es gibt natürlich viele Labersäcke, die immer von sich behaupten, sie hätten alles vorausgesehen und das wäre so klar gewesen, dass wir von hier nach oben gehen. Stimmt nicht, stimmt absolut nicht. Das haben die wenigsten gesehen und ich habe es auch nicht gesehen, also so ehrlich bin ich. Ich habe zwar immer spekuliert auf eine Rallye hier hoch, also auf diesen 6.000er Bereich, aber dass wir auf 13.800 rennen, ganz ehrlich, habe ich nicht gesehen, haben die meisten nicht gesehen und dementsprechend. Und dementsprechend müsst ihr das Ganze mal rationaler sehen. Wir haben ein unfassbar gutes Jahr hinter uns und sollten wir jetzt noch von mir aus die nächsten drei Monate hier drin bleiben, dann ist es halt so. Das macht das Jahr nicht negativ. Wir müssen uns von der Erwartungshaltung lösen, dass wir ohne starke Katalysatoren Woche für Woche ein neues High sehen. Das ist einfach nicht realistisch, das war hier noch relativ realistisch, aber da haben wir dann schon eine ziemliche Euphorie wieder erreicht und dementsprechend befinden wir uns momentan einfach in der Range. Die Struktur sieht langfristig weitgehend noch bullish aus. Es ist für mich kein Dead Cat Bounce, wenn wir von 3.000 Dollar auf 13.000 Dollar hochrennen. Ein Dead Cat Bounce wäre für mich spätestens im Bereich 6.000 bis 7.000 abverkauft worden, abverkauft geworden werden und dementsprechend, ich kann schon fast nicht mehr reden, das ist eben wirklich immer schwierig, wenn man längere Videos macht, ein Dead Cat Bounce wäre für mich in diesem Bereich schon abverkauft worden, aber es ist eben nicht passiert und dementsprechend gehe ich auch davon aus, dass der Nachdruck ordentlich war. Das heißt, diese Rallye wurde nicht von Retail-Investoren ausgelöst, sondern wirklich von Smart Money, von größeren Investoren und es gebe wirklich keinen Sinn, wenn diese Leute bearish auf dem Markt sind, den Markt irgendwo viel weiter als hier nach oben zu treiben. Wenn wirklich irgendein Interesse gehabt hätte, dass wir wirklich unter diesem Bereich nachdampen, dann wäre doch der Markt einfach hier hochgegangen und von dort wären die Riesen-Shorts an den Markt gekommen und hätten uns hier nach unten katapultiert. Das ist nicht passiert, wir sind auf 13.900 Dollar gerannt, es ist alles positiv. Wie sieht es jetzt fürs nächste Jahr aus? Es ist immer schwierig, im technischen Kontext ein All-Time-High zu prognostizieren mit zeitlichen Beschränkungen. Ich gehe stark davon aus, dass wir ein neues Bitcoin All-Time-High sehen werden, aber die Leute, die euch sagen, dass wir es 2020 mit ziemlicher Sicherheit sehen werden, die können das im Regelfall nicht begründen. Ja, es muss eine triftige Begründung geben, aber die gibt es im Regelfall nicht, außer dass, ja, Halloween war dort und dort und deswegen muss es auch heuer wieder ein All-Time-High geben werden. Das ist keine außergekräftige Bedingung. Was ich euch sage ist, dass der Markt für mich bullish aussieht, dass sich langfristig aufgrund der fundamentalen Umstände bullish sind, aber dass kurzfristig und nächstes Jahr ist auch noch kurzfristig, viele andere Variablen noch mitspielen könnten, die uns eventuell die Party versauen. Ich gehe jetzt konkret, ich spekuliere jetzt konkret darauf auf etwaige Rezessionen. Keiner weiß, wie wir uns wirklich verhalten werden. Es wäre wahrscheinlich kein Vorteil von uns, wenn wir zum Beispiel jetzt nächstes Jahr eine full-blown Liquiditätskrise haben werden und plötzlich die Leute Angst haben, dass sie morgen noch Bargeld von der Bank bekommen. Ich denke wirklich nicht, dass Bitcoin unter diesen Umständen ein neues All-Time-High sehen wird und da bekommt ihr eigentlich schon den Einblick in meine Gedankenwelt. Ich gehe immer von Variablen aus, die unbestimmt sind und die unbestimmten Variablen sind momentan halt ziemlich groß. Eine Zeit von globaler Unsicherheit. Keiner weiß so richtig auf den Finanzmärkten, wie jetzt die Lage weiter zu bewerten ist. Es traut sich wirklich keiner, sowohl nach oben die Entscheidung zu suchen, als auch nach unten, wenn wir uns die Indizes ansehen. Und dementsprechend bin ich auch hier vorsichtig mit groben Richtungsverweisungen, dass ich jetzt sage, okay, ja, All-Time-High sieht sehr, sehr wahrscheinlich aus. Ich will da wirklich niemanden in eine Position rein reiten und dementsprechend bleibe ich da immer rational. Wie gesagt, der Markt sieht bullish aus. Mich würde es definitiv nicht wundern, wenn wir ein neues All-Time-High sehen wären. Ich bin positioniert. Ich halte Bitcoins. Ich halte nicht wenig Bitcoins. Das heißt, ich bin bullish auf diesem Markt. Aber wie gesagt, ihr müsst es immer im Kontext sehen. Bleibt rational. Lasst euch nicht von irgendwelchen Theorien leiten und deswegen überinvestieren. Wenn ihr kaufen wollt, dann macht ihr einen Plan, warum ihr kaufen wollt, wo ihr kaufen wollt, wie ihr kaufen wollt und wie tief ihr kaufen wollt und wo euer absolutes Risiko ist. Nur weil irgendein x-beliebiger YouTuber sagt, dass wir ein All-Time-High sehen werden, heißt das nicht, dass ihr deswegen kaufen sollt. Das ist immer ganz wichtig, das zu erwähnen, weil ich glaube, so viele Leute werden von diversen FOMO-Kanälen immer wirklich sehr beeinflusst und das soll nicht passieren. Ich bleibe weiterhin bullish und wie auch schon in den letzten tausend Videos gebe ich hier auch wieder meine kurzfristige Meinung wieder. Ich gehe kurzfristig definitiv davon aus, dass wir eventuell diesen Bereich nochmal testen könnten. Einfach aus dem Grund, die Struktur sieht irgendwie ein wenig nach Akkumulation aus. Wir haben hier sehr, sehr kleine Lows. Es würde Sinn machen, die Marktteilnehmer hier zu trappen. Das heißt, die Leute, die bereits long positioniert sind, würden hier ausgestoppt werden und von dort könnte man dann reden über ein neues High. Bis wir das nicht sehen, kann ich aktuell zur neuen Lage auch nicht viel kommentieren. Es war wieder, wie gesagt, ein kurzes und hoffentlich lehrreiches Video. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Lasst mir gerne einen Kommentar da, lasst mir gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Euer Chris. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.